Herzlich Willkommen! In diesem Video erfährst du, wie du deine Kirche wieder füllen kannst, sei es als Pfarrer oder als Gemeindemitglied. Was kannst du tun, um deine Religion, egal welche das ist letztlich, ganz und gar aufblühen zu lassen und in deiner Gemeinde, in deiner Gemeinschaft erfahrbar zu machen. Die Betonung ist auf erfahrbar. Und das werde ich dir in dem Video mit einer ganz einfachen Methode erklären. Mein Name ist Goupal, ich bin Traumatherapeut und Autor des Bestsellers der Vagus-Schlüssel. Die Kirchen sind leer und das finde ich persönlich sehr schade. Warum? Ich nutze alle vorhandene Struktur, Organisationen, wo sich Menschen treffen, in guter Absicht. Und deswegen möchte ich auch zu dem, was wir Kirche nennen oder Religion nennen, etwas sagen. Weil die Struktur ist ja da. Warum sollen wir sie nicht nutzen? Und was ich sehe, ist, dass es so nicht funktioniert. Es könnte aber funktionieren. Es könnte wieder so werden oder so werden, dass in den Kirchen, die wir haben als wunderschöne Gebäude, sich Menschen wieder zusammenfinden in der Gemeinschaft, in einer echten, tiefen, inneren Begegnung, miteinander und mit dem, was wir Gott nennen oder Liebe oder das Leben oder alles, was eins ist. Wie ist das möglich oder wie können wir das machen? Die Kirchen werden ja erst wieder voll. Die Menschen kommen ja erst wieder wirklich in großen Mengen dorthin, wenn dort etwas stattfindet, was ihnen in irgendeiner Art und Weise hilft, was sie nährt, was sie inspiriert, wo sie etwas für sich Wertvolles erfahren oder bekommen können. Da die Kirchen im großen und ganzen leer sind, heißt das logischerweise, das passiert zurzeit nicht. Die Menschen für die Situation, in der sie sind, empfangen dort nicht das, was sie brauchen, was ihnen hilft, was sie fördert. Sonst würden sie ja in Massen dorthin streben und hinkommen. Dann wären die Gottesdienste brechend voll und es wäre dort eine Atmosphäre von Heiligkeit. Das haben wir nicht. Warum haben wir das nicht? Vorrangig, weil die Geistlichen, die Pfarrer, die die Gottesdienste machen, die sozusagen die Anführer sind in der Gemeinde, weil sie im Wesentlichen keine spirituelle Realisierung haben. Sie wissen nicht, wovon sie sprechen. Sie können der Gemeinde nichts geben, weil sie nichts haben. Ich kann nur etwas transferieren, was ich in meinem Bewusstsein habe. Sonst ist alles nur leeres Gerede, ohne Erfahrung dahinter. Das heißt, was im Wesentlichen zurzeit passiert ist, es steht jemand vorne und spricht. Am Ende noch ein vorbereiteter Vortrag, am Ende sogar abgelesen vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber was da im Wesentlichen passiert, ist der Versuch Konzepte zu übertragen. Und das sind Gedankenstrukturen. Und das ist vielleicht noch vermixst mit persönlichen Erfahrungen, die irgendwie religiös interpretiert werden. Aber fragt mal einen Pfarrer oder einen Geistlichen, ob er tatsächlich die Erfahrung von Gott gemacht hat. Und wenn er sagt ja, dann sagt ihm mal, fragt ihn mal, er soll das mal genau beschreiben, was er da unter versteht oder was er da genau erfahren hat oder realisiert hat. Und dann werdet ihr sehen, dass nicht allzu viel kommt. Und das ist der Grund. Wenn ich mein Auto, was kaputt ist, in eine Werkstatt bringe und da ist eine schöne Kulisse, alles voll mit Werkzeugen, aber der Mechaniker hat keine Ahnung, dann bringt es nichts, mein Auto dahin zu bringen. Und das ist die Situation. Was können wir tun? Was können wir tun, um diese Struktur zu nutzen, dass wir wieder zusammenkommen? Und das ist meine persönliche Motivation. Ja, also was ich mache, meine Arbeit hier ist, die Menschen wieder zusammenzubringen. Sei es in Firmen, sei es in Kirchen, sei es in der Psychotherapie, sei es in der Politik, spielt alles keine Rolle. Ich nutze alle Strukturen. Alle, wo sich Menschen in guter Absicht zusammenfinden, sich austauschen und der Kontext spielt für mich keine Rolle. Wenn ihr wollt, dass das Gemeindeleben in eurer Kirche, in eurer religiösen Gemeinschaft, egal welche Religion, ganz und gar aufblüht, dann müsst ihr, und zwar die Verantwortlichen, die Geistlichen, als auch die ganz normalen, Anführungszeichen, Mitglieder, müsst ihr dafür sorgen, dass es zur Erfahrung davon kommt, dass eure Religion von dem Konzept, von den Ideen, auf dessen Basis ihr euch ja zusammengefunden habt, zu einer konkreten Erfahrung kommt oder wird. Das Gemeinschaftsgefühl durch übereinstimmende Konzepte, das ist ja wunderbar, das fühlt sich ganz gut an. Aber es ist noch nicht das, um das es geht. Worum es geht, ist eine konkrete, direkte Erfahrung von etwas Höherem. Und da müssen wir irgendwie hinkommen. Und die Menschen heute wissen nicht mehr, wie sie da hinkommen. Sie studieren Schriften, sie treffen sich, reden über die Schriften, über ihre Konzepte, vielleicht auch persönliche Erfahrungen im Leben. Das ist ja alles ganz gut, besser als nichts. Aber das bringt die Veränderung nicht. Das bringt nicht das Höhere, das Heilige in unser Leben. Und wie kommen wir dahin? Was können wir da machen? Das Höhere wird erfahrbar, indem wir uns verbinden. Die Verbindung der Menschen untereinander ist das Tor zu Gott. Das steht ja auch in ähnlicher Form in der Bibel zum Beispiel drin, wie auch in anderen Schriften. Die Frage ist, wie können wir uns verbinden als Menschen so, dass Gott erfahrbar wird. Das ist die Frage. Und das, was mir gegeben wurde, was ich in die Welt bringe seit vielen Jahren, ist das sogenannte ehrliche Mitteilen. Was nichts weiter ist, als eine bestimmte Art miteinander zu sprechen. Das hat überhaupt keinen religiösen Kontext. Es hat keinen medizinischen Kontext. Es dient einfach dazu, dass wir als ganz normale Menschen wieder in einen vollständigen Austausch und in eine vollständige Verbindung kommen. Und jeder, der das macht, jede Gruppe und die kleinste Gruppe ist ein Paar, sind zwei Menschen. Jede Gruppe, jedes Paar, das das macht, erfährt etwas Höheres. Und wenn wir das ehrliche Mitteilen komplett machen, komplett korrekt vollständig, dann haben wir letztlich eine spirituelle Erfahrung, weil wir etwas einladen damit oder uns etwas bewusst werden, was jenseits unseres menschlichen, irdischen 3D-Horizontes ist. Und ich rede hier nicht von Konzepten, sondern ich rede davon, dass das eine reale Erfahrung ist der Menschen, die das machen. Das ist kein Konzept. Das ist keine Religion. Sondern was ich sage, das ist etwas ganz Praktisches. Wenn ihr euch ehrlich mitteilt in der Art und Weise, wie ich das publiziere, dann macht ihr eine Erfahrung dessen, was ihr in eurer Religion sucht und anstrebt. Und das ist nicht gegen eure Religion oder gegen das, was in den Schriften steht. Das ist nicht dagegen, sondern es macht das, was ihr ohnehin, wo ihr hinwollt, es macht das erfahrbar, unabhängig von den Schriften und unabhängig in welcher Organisation oder Religion ihr seid. Ihr könnt es nur ausprobieren. Und es gibt inzwischen, Gott sei Dank, schon Pfarrer, die das sogar öffentlich zum Beispiel für Friedensdemonstrationen nutzen, die das ehrliche Mitteilen bereits anwenden in ihrer Gemeinde und da großen Zulauf haben und großen Erfolg haben und das sehr begrüßt wird. Natürlich, weil es endlich den Menschen das erfahrbar macht, worum es geht. Und sobald in eurer Gemeinde das ehrliche Mitteilen etabliert ist, wird das alles zu einer Erfahrung, zu einer konkreten Erfahrung der Menschen. Und dann kommen die wieder in die Kirche. Und wenn ihr als Pfarrer oder als Geistlicher sprecht und das ehrliche Mitteilen in eurem Leben etabliert habt und dasselbe auch praktiziert, dann könnt ihr aus einem ganz anderen Raum heraus sprechen und referieren. So wie ich jetzt. Ich spreche nicht mit dem Hintergrund von irgendwelchen Schriften. Und trotzdem spreche ich aus einer Autorität heraus. Woher kommt diese Autorität, aus der ich jetzt spreche? Woher kommt das? Das kommt aus der Erfahrung und dem Leben in vollständige Verbindung und Austausch. Daher kommt das. Deswegen kann ich quasi ununterbrochen sprechen aus diesem Raum heraus. Und das könnt ihr dann auch. Dann steht ihr vorne und sprecht und es hat ein Gewicht. Es erreicht die Menschen wirklich statt nur über den Kopf. Das ist etwas, was eben über die irdische Erfahrungsebene hinausgeht. Das ist jenseits von Körpererfahrungen, Gefühlen und Gedanken. Und es wird wie dann euch gegeben, was dann gesprochen werden soll. Und wenn ihr damit anfangt, dann werden die Menschen wieder zu euch kommen in großen Mengen, weil sie dann spüren, dass das, wonach ihre Seele hungert, sie dort erfahren können und weil darüber dann in eurer Kirche gesprochen wird. Und nochmal, das ist die Praxis, die Essenz eurer Religion, egal welche Religion. Das ist dann das, was ihr dort zur Verfügung stellt, was die Menschen wirklich erreichen kann. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Unterstützung braucht im Rahmen eurer Gemeindearbeit, sei es als Gemeindemitglied oder als Geistlicher, als Pfarrer, spielt alles keine Rolle. Ihr könnt euch an mein Büro wenden. Und wir sind gerne für euch da. Vor allem eben für Organisationen oder Verantwortliche, die viele Menschen erreichen. Ja, diese Menschen möchte ich ganz besonders unterstützen und ganz besonders ermutigen, das ehrliche Metall zu etablieren. Und das gilt für alle Bereiche der Gesellschaft. Alle Menschen, die in exponierten Positionen sind, denen möchte ich das ans Herz legen, damit wir hier schneller vorankommen und eine heilere, gesündere Gesellschaft aufbauen können. Alle Menschen, die eine